Ein herzliches Moin von der Küste und ich begrüße euch zu einem neuen Cluster-Talk. Heute mit mir, dem IST und als Gast habe ich dabei... Als Gast. Hallo. Flash. Gast, stimmt. Gar kein Gast. Unser Cluster-Host, der Flash-Tiger ist auch mit dabei. War eigentlich klar, wir machen ja einen Bücher-Talk. Das seht ihr ja in der schönen Überschrift vom Video. Und heute soll es um das Video gehen, stiller Sturm. Ich glaube im Englisch ist es Silent Storm. Genau. Und wir haben uns das Buch zu Herzen genommen und einmal durchgelesen. Es hat etwas gedauert. Ich glaube, wir haben jetzt knapp ein Jahr gebraucht. Die Schuld liegt aber bei mir, weil ich Ewigkeit nicht aus dem Pott gekommen bin. Ich brauche ja sonst immer ewig, um zu lesen. Genau, genau. Und habe dann quasi zwei Drittel gelesen. Dann hast du gesagt, ach, ich lese wieder. Dann habe ich wieder zwei Drittel gelesen und jetzt haben wir es beide geschafft. Genau. Der Flash war so clever und hat sich ein bisschen eine Inhaltsangabe gemacht. Das bedeutet, er konnte sich etwas auffrischen. Aber seht es dem Flash nach, wenn ein, zwei Details nicht ganz präsent sind. Bei mir ebenso. Ich vergesse schnell mal wieder was. Und damit ihr alle in so eine schöne Stimmung kommt, lassen wir mal wieder den Ischmar, den Klappentext oder besser gesagt hinten, den Text einmal vorlesen. 2526 Vor rund einem Jahr hatte die Menschheit ihren verheerenden ersten Kontakt mit einem theokratischen Verbund außerirdischer Spezies, die sich die Allianz nennt. Jetzt haben die Feindseligkeiten zu einem offenen Krieg geführt und das Weltraumkommando der Vereinten Nationen, UNSC, weiß praktisch nichts über diesen neuen Feind. Es gibt nur zwei Gewissenheiten. Die Allianz ist fest entschlossen, die Menschheit auszulöschen und sie verfügt über die nötige Technologie, um genau das zu tun. Die einzige Hoffnung des UNSC sind die Spartans. Dabei handelt es sich um genetisch verbesserte Supersoldaten, die in einem Geheimprojekt von Kindesbeinen an zu lebenden Waffen erzogen und ausgebildet wurden. Ihr designierter Kommandeur, Petty Officer John 117, wurde beauftragt, die Spartans bei einem verzweifelten Gegenangriff anzuführen, der die Allianz in die Knie zwingen und der Menschheit die Zeit verschaffen soll, die sie braucht, um Informationen zu sammeln und ihre Verteidigung zu organisieren. Doch nicht alle haben ein Interesse daran, dass die Spartans Erfolg gab. Danke Ischma für diese sehr atmosphärische Einstimmung in dieses Buch. Und ich glaube, was am besten wäre für alle, ist einmal eine kleine Inhaltszusammenfassung von dem Buch. Und ich versuche mich da direkt mal. Und zwar ist das Ganze angesiegelt in der Zeit noch for reach, aber so wie ich das jetzt erfahren habe nach Harvest. Wenn ich irgendwas falsch sage, gleich intervenieren, ein Gerätschen. Ein Jahr nach Harvest. Das ist richtig, oder? Ein Jahr nach Harvest, guck mal, siehst du. Genau. Und wir sind quasi jetzt in der Zeitspanne dort, wo die ersten Kolonien der Menschen verglast werden. Und wir begleiten dabei noch den sehr, sehr jungen Master Chief und die anderen Spartans. Ich glaube, es waren dann zwölf an der Zahl. Und das sind dann die verschiedenen Teams. Ich glaube, einmal das von uns auch bekannte Team Blau, wo Kelly dabei ist. Es gibt auch einen kleinen Wink zu dem Buch, das wir vorher, oder die Buchreiche, die wir vorher durchgenommen haben. Und zwar Naomi wird auch einmal namentlich erwähnt. Das heißt, sie ist mit dem Master Chief tatsächlich persönlich auch auf Mission gewesen. Und fix zum Inhalt wieder. Wir verfolgen quasi dieses Team, wie es versucht, die Allianz bei dem Vormarsch aufzuhalten. Und ich glaube, das ist auch nicht zu viel Spoiler, wenn wir sagen, dass sie dabei immer Art, ja, wie nennt man das? Anker? Nee, nicht Anker-Mission, sondern sie überfallen quasi die Schiffe. Entern. Danke, Mann. Ich komme von der Kiste und bin auf das Wort Entern gekommen. Sie entern Allianz-Schiffe. Das wird in diesem Buch mehrfach passieren. Und dafür wird ein Spezial-Trupp aufgerufen, bei dem auch der uns sehr bekannte Charakter Johnson dabei ist und viele UDSTs. Und im Laufe dieser Mission gibt es einige Probleme, interner Seite, aber auch externer Seite. Und am Ende, ja, endet es in einem großen Showdown, bei dem der Allianz, ich würde mal doch sagen, ein, ja, ein großer Stein in den Weg gelegt wird, der den Formasch der Allianz auch gut aufhalten wird. So würde ich das jetzt einmal zusammenfassen. Ja, genau. Und wir haben uns gedacht, dass wir diesmal das so strukturieren, dass wir die einzelnen quasi, ja, Missionen, die in diesem Buch besprochen werden, durchexessieren. Es gibt vier Stück an der Zahl, die werden wir jetzt einzeln alle besprechen. Und jetzt wird auch, würde ich sagen, die klare Spoiler-Warnung ausgesprochen. Weil jetzt können wir nicht mehr an uns halten. Jetzt werden die Fakten auf den Tisch gelegt. Genau, das Spoiler-Feuerwerk beginnt. Also wir werden die ganze Geschichte nacherzählen und diskutieren. Genau. Genau. Aber bevor der richtige Spoiler losgeht, nochmal, auch dass du ein bisschen in die Stimmung kommst, Flash, bei dem Talk jetzt. Wie war für dich das Buch eigentlich? Wie empfandest du das so? Auch so ein bisschen vom Lesestil? War gut, war schlecht? Also ganz am Anfang war ich ja überrascht, weil ich habe gedacht, das ist ja jetzt ein neues Buch. Also das ist ja vor zwei Jahren erschienen. Das war ja überrascht, jetzt wieder was auf Deutsch zu lesen. Ja. In den neueren Büchern. Und ich dachte, dann geht es auch weiter. Also so zwischen Halo 5 und Infinite. oder Infinite und weiter. Und war dann erstmal irritiert. Also, dass es dann in der Vergangenheit spielt. Wie wir gesagt haben, ein Jahr nach Harvest, also nach dem Erstkontakt, ein Jahr danach. Da war ich erstmal überrascht. Aber ich fand es auch ganz, ganz witzig. Und vom Lesestil, ich habe es ziemlich gut durchbekommen. Also es war sehr einfach. Es war ja auch im Vergleich zur Kilo 5 Trilogie einfach nur, quasi nur eine Hauptperspektive. Der Master Chief. Ab und zu haben wir Perspektiven zur Allianz und zur Rebellen. Aber das nur ganz wenig. Und ich fand es einfach dann viel leichter zu verfolgen, anstatt ganz viele Stränge zu haben, die ineinander quasi greifen. Das stimmt so vom Verfolgen her. Ja, das stimmt aber echt gut, ne? Und vom Stil her eigentlich, ich kann da nicht viel zu sagen, weil ich lese sehr wenig Bücher. Einfach sehr einfach geschrieben, würde ich sagen. Und eigentlich sehr angenehm. Aber das kannst du wahrscheinlich noch näher. beschreiben, wie du es findest. Ja, aber ich würde es genauso sagen. Also diese eine Perspektive hat es sehr angemacht zum Lesen. Und vor allen Dingen, was ich sehr erfrischend mal wieder fand, ist, dass es, ich sage mal, so blutig geschrieben wurde. Es war mal wieder ein bisschen erwachsener, das Buch, fand ich. Wie bestimmte Szenen beschrieben wurden. Und was ich auch sehr, ja ich sage mal, angenehm fand, dass wir nochmal einen anderen Blick auf bestimmte Dinge bekommen haben. Aber da können wir ja jetzt peu a peu drauf eingehen, werden wir die erste Schlacht beschreiben. Und ja, tatsächlich muss ich sagen, dass ich von der ersten Schlacht gerade so ein bisschen gar nicht weiß, wie es gestartet ist. Sie waren, glaube ich, in dem, in so einem Flugzeug, würde ich sagen. Wie nennt sie es immer? Crawler. Ja, Prawler heißt es, glaube ich. Und da ging es denn los. Magst du das einem übernehmen? Bei mir ist es ein Jahr her, aber ich habe so die Erinnerung, wir sind direkt in diese Mission gesprungen. Und jede Mission hatte das Ziel, quasi die Versorgung der Allianz zu schwächen oder Schiffe kaputt zu machen, Sachen einzunehmen, beziehungsweise zu sammeln, um deren Technologie zu studieren, weil die wissen ja fast gar nichts über die Allianz. Stimmt, wir sind ja noch vor Reach. Also wir sind ja noch vor, genau das stimmt. Das war der große Plan. Und soweit ich weiß, war das auch gar nicht das Erste. Das war ja denn das zweite Schiff, was sie gekapert haben. Nicht gekapert. Was war das richtig? Geentert. Geentert. Geentert haben. Genau, die Spartans selbst sind, glaube ich, bei der Mission auch in den Weltraum quasi gefogen. Also sie sind halt selbst kleine Flugobjekte, wo die Allianz sowas nicht erwartet, dass jetzt Spartans, die kennen Spartans auch teilweise nicht, teilweise nur, haben sie gedacht, das sind nur Mythen, dass es übermenschliche Kreaturen gibt, und die, sag ich mal, ziemlich stark sind im Vergleich zu Marines, die einmal so weggeschossen werden können. Genau, weil es ja auch so wenige gibt, dass das einfach immer noch diese Lichtgestalten sind. Bis jetzt haben sie ja immer nur diese, ich sag mal, 1,80 großen Menschen kennengelernt, die für die Allianz quasi Kanonenfutter sind. Und jetzt habe ich auch tatsächlich wieder die Mission im Kopf. Und zwar war das dort so, dass dieses Timing eben entscheidend war, weil das Schiff, was sie entern wollten, war quasi in Orbit und ist in einer bestimmten Umlaufbahn gewesen. Und mit den Prowlern haben sie denn die Spartans so aus dem Hanger rausgeschleudert, dass sie über eine bestimmte Umlaufbahn, denn quasi die Umlaufbahn vom Kreuzer der Allianz gekreuzt haben oder erreicht haben. Das war relativ, ja, lustig beschrieben, weil das war so eine Art Rausschleudermanöver und dann durch das Vakuum wurden sie dann rausgesaugt. Und was ich erstaunlich finde, ist denn, dass man dort ja auch mitbekommt, dass die erst 15 und 16 Jahre alt sind und trotzdem schon so, also es sind ja viele Monologe im Master Chief selber, dass das dann trotzdem immer schon so reif beschrieben wird. In dieser quasi Flugzeit, die sie unterwegs sind, geht ihnen ja ganz viel durch den Kopf, dass jetzt zum Beispiel, wenn jetzt irgendein, ja, ich nenne mal einen Stein, Geröll oder Frackteil einen der Spartans treffen würde, wären sie tot, weil sie da ja mit über, was weiß ich, wieviel tausend Stundenkilometer im Orbit unterwegs waren. Und das ist ja eigentlich auch so eine Sorge vom Master Chief, die sich ja durch das ganze Buch zieht, dass ja jemand von seinem Spartan-Team verliert, so als Hintergrund, er hatte mal einen Spartan-Kollegen verloren, ich glaube Samuel oder einfach nur Sam genannt, der sich ja, glaube ich, drei in Schlacht und Reach, ne, in dem Buch, der sich ja, glaube ich, selbst detoniert hat, also um einen ... Nee, das war ja, weil wir sind ja aber gerade noch vor Reach und ja, es ist einer gestorben aus seinem Team, aber das war bei dieser ersten Interaktion, die sie mal gemacht haben, da musste er ihn zurücklassen, weil die Bombe, die sie hatten, der Zünder nicht mehr funktioniert hat und da hat er sich dann, glaube ich, so ... Genau, und das war aber nicht, ob das Samuel war, war das? Aber es war ja vor Reach, es muss ja, weißt du, weil wir spielen ja gerade vor Reach und der ist ja schon tot. Also ja, vor dem Angriff auf Reach, aber zuvor eine Mission war nicht, ne? Kann, ja genau, genau. Ah, da bin ich auch, was das angeht, gerade ein bisschen. Genau, aber ... Es gab schon einen Verlust und deswegen war der Master Chief sensibel, da gegenüber jemanden noch zu verlieren und das zieht sich durch das ganze Buch, ne? Genau, und daran kann man auch sagen, wächst der Chief ja auch im Buch. Also das ist ja auch das Interessante, man sieht, wie der Master Chief immer reifer wird, was die Entscheidung angeht. Und da kommen wir ja, vor allem, wenn wir nachher bei der dritten Mission sind und bei der vierten, das ganz klar. Und um wieder auf die erste zu kommen, sie fliegen quasi dann durch den Orbit und ich weiß, dass unterwegs noch Banshees waren, bei denen die sich quasi so ein bisschen vorbeischlängeln mussten. Und sobald sie denn auf dem Schiff waren, ging es darum, die Bombe richtig zu platzieren. Und da ist es dann auch zum ersten Mal so, dass man eine ganz schöne, ja, eine Gefechtsszene hat, quasi. Das wird in so einem Tunnel beschrieben und der hoch und runter ging und verschiedene Gänge. Und da ist es dann so, dass ich dieses Erwachsenenschreiben sehr gut fand, wie eben beschrieben wird, wie bestimmte Körperteile abfallen. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Die Brutalität war sehr hoch, ne? Genau, die Brutalität war sehr hoch. Und ja, zur ersten Mission gibt es auch gar nicht so viel zu sagen. Die ist ziemlich straightforward, würde ich sagen. Es gibt wenig Interaktion zwischen den Charakteren selber. Also es ist wirklich, dass man erst mal reinkommt in das Buch. Dass man erst mal so ein bisschen weiß, was wollen sie jetzt hier eigentlich erreichen. Und quasi, die haben das Ziel und das wird einfach abgearbeitet. Die Bombe wird platziert, Bombe wird gesprengt, keine Verluste. Ich glaube, ich habe jetzt die Zusammenfassung geschrieben, neben dem Lesen. Es war so, dass eine Elite die Selbsterstörung eingeleitet hat, damit das UNSC nicht diesen Kreuz hat. Stimmt. Weil die wollen ja die Technologie haben, um die zu erforschen und vielleicht die eigene Technologie der Menschheit aufzuwerten. Aber der Elite hat dann die Selbsterstörung eingereicht, äh, eingereicht, genau, eingeleitet. Und alles Baden konnte aber dann trotzdem fliehen. Was ich aber an diesem Kapitel, ich fand es richtig schlimm, weil du gesagt hast, gut ankommen in das Buch, wo die auf dem Kreuz da waren, diese Gänge wurden beschrieben, dass sie dann auf einmal nicht nur auf dem Boden laufen, sondern auch dann an den Wänden und an der Decke. Also dass es so eine Spirale gab oder die Gravitation war anders und das ist halt komplett anders als in den Spielen. Und ich konnte mir das räumlich ganz schlecht vorstellen. Dann gab es einen Lift, wo dann Leute reingefahren sind und wieder hoch. Und dann wieder, also hin und her. Und ich weiß nicht, ob es mal... Und Granaten auch rein und raus so reingefallen sind und alles, ne? Ja, das war... Ganz schlimm von der räumlichen Vorstellung. Und ich hatte immer den Drang, ach, jetzt lese ich nochmal die letzten zwei Seiten, weil ich habe nicht verstanden, was da gerade passiert. Dann laufen wir an der Decke und an den Wänden und dann geht der Lift an, dann geht die Tür auf und also alles ein durcheinander. Aber es wirkt auch ein bisschen Alien-ähnlicher. Also dass man nicht weiß, was es jetzt so ist. Weil wir kennen das ja schon. Wir haben ja schon Bücher und Dinger gelesen. Aber die Spaten an sich kennen die Allianz noch nicht so gut. Und dann wirkt das noch ein bisschen fremder, ne? Befremdlicher. Ja, das auf jeden Fall. Und du siehst es ja auch daran, dass während dieser ersten Mission geben sie denn den Eliten den Namen Elite. Weil das... Irgendwie sind sie da, dann auf den Namen gestoßen, weil sie das so zum ersten Mal auf die mitgestoßen sind. Und dann haben sie denen den Namen gegeben. So, ne? Also das heißt, man merkt daran, dass dann solche, ja, ich sag mal, solche kleinen Wings mit dem Zaunfall, weil wir wissen, die heißen so. Da wurden sie aber beschrieben. Okay, das sind Elite-Krieger, deswegen nennen wir sie jetzt Elite. So, und ich glaube, der eine hat auch irgendeinen anderen Namen noch für die gehabt, aber bei Elite ist es geblieben. Das hat der Schiff dann auch so in dem Kommen gesagt. Hier, wir nennen die jetzt so. Und so kann man eben als Leser ganz gut nachvollziehen, auch als jemand, der neu reinkommt in die Serie. Warum ist jetzt das so gegeben, wie es ist? Generell finde ich, dass dieses Buch, und ich glaube, es ist ja eine Reihe, es kommt dann ja auch noch Reach und noch ein anderes Buch, die auch von dem gleichen Autor geschrieben wurden, dass ich glaube auch, dass dieses Buch sehr gut ist für den Einstieg in diese Halo-Reihe. Weil eben vieles beschrieben wird, weil es ja für den Master Chief und die anderen Charaktere auch Neuland ist. Deswegen gibt es eine kurze Umschreibung und es kann jemand, der neu ins Halo-Universum reinkommt, dadurch auch gut nachvollziehen. Das gab es jetzt ganz oft. Also wir haben jetzt immer die Leute beim Entdecken erlebt, obwohl wir selbst wissen, ja, da gibt es doch High Charity oder da gibt es ja die und die und die Strukturen. Genau. Da haben wir zum Beispiel so Anteaser schon direkt erkannt, wo vielleicht Einsteiger dann das so irgendwann mal kennenlernen. Genau, genau. Es ist generell so, wenn in diesem Buch über was gesprochen wird, zum Beispiel sieht man auch in einem anderen Kapitel oder hört man, da gibt es auch einen Propheten und der spricht dann von den heiligen Städten. Wir wissen, was damit genau gemeint ist. Das ist eben von den Blutsvätern. Dort wird es aber noch mal kurz umschrieben. Was ist denn jetzt da mit der heiligen Stadt gemeint? Ah, von denen, die sie denken, dass es die Götter sind und deswegen gibt es die große Reise. Die große Reise wird dann auch noch mal kurz beschrieben. Deswegen empfand ich das Buch eigentlich als ganz gut zum Einstieg, wenn du da noch nie wirklich was gehört hast. Klar ist es immer vom Vorteil, ab und zu mal was zu googeln, aber an sich. Auch in dieser ersten Mission, weil ja Waffen werden auch so ein bisschen beschrieben und ganz lustig, als ja die Elite diesen Zünder zündet an dem Stuhl. Da war es für mich echt schwer, diesen Stuhl mir vorzustellen, wo er drauf saß, weil die Hand soll dann ja irgendwie da gehangen haben, irgendwie auf den Stuhl und ich hatte dann aber nachher das Bild im Kopf vor der Halo-3-Cutscene, wo der Schiffsmeister, der Weiße, auf diesem Stuhl sitzt und dann mit diesen Brutes drei gegen eins, dann ist es fair, falls ihr die auch so im Kopf hast. Da sitzt der ja auch auf so einem Stuhl. Ja, so eine Art Thron, aber nicht so ein Gravitron, wie die Propheten das immer haben. Genau. Und genau, das ist das Nächste, die ganzen Rassen werden auch nochmal kurz umschrieben, wie sie aussehen. Also, da wird nicht einfach nur geschrieben, ja hier, das ist eine Ungäu und komm klar damit, sondern da wird geschrieben, dass er noch einen Gastank auf dem Rücken hat. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass zum Beispiel gesagt wird, dass als die quasi die Spartans und ich glaube auch mit Dr. Hortzi, dass sie sich schon ein bisschen besser denn in diese Allianz reingefunden haben, quasi reingelesen haben, dass sie denn wussten, dass die meisten von der Allianz auch unsere Atmosphäre quasi mitatmen, außer eine Spezies. Für uns, als die wissen, wer damit gemeint ist, oder die Law kennen, die wissen, da sind die Ungäus mit gemeint, also die Grunts, weil die ja diese Gastanks haben. Gut. Nochmal die Frage vielleicht, wie findest du denn, dass es immer jetzt oder häufiger in den Büchern auch für Neulinge etwas präsentiert wird, wo du denkst, ach ja, weiß ich doch. Also, kann man auch negativ betrachten. Oder wie findest du das? Ich find's eigentlich gut, weil man selber ja auch immer mal wieder was vergisst, so Kleinigkeiten. Zum Beispiel, dass eine Elite keine Fünffinger hat, sondern vier oder drei. Siehst du, das ist schon wieder so. Solche Kleinigkeiten. Und denn, wenn man das liest, dass man sich einfach nochmal das wieder zurückruft, das Bild, wie es wirklich ist. Weil, was auch passiert ist oft, wir haben ja schon vieles vorgegeben durch die Spiele, wie es aussehen soll, aber beim Lesen tendiert man denn doch immer noch wieder dahin, sich das selber vorzustellen. Ist natürlich auf der einen Seite gut, aber ich finde, wenn etwas schon klar definiert ist durch ein Videospiel zum Beispiel, dann sollte man sich auch daran halten, wie es aussieht. Nicht, dass eine Elite auf einmal acht Kiefer hat, so nach dem Motto. Und an sich ist es ja, ja, ab und zu dreht man mal mit den Augen, aber ich habe das jetzt auch in keinen der Bücher so gehabt, dass es sich ja über Seiten zieht. Dass über Seiten da jetzt was beschrieben wird. Ich habe jetzt zum Beispiel Herr der Ringe gelesen, das erste Buch, da wird ja über Seiten eine Landschaft beschrieben. Sowas haben wir ja zum Glück nicht. Da wird nicht über Seiten beschrieben, wie jetzt ein Kreuzer, wie der Gang genau aussieht. Sondern es hält sich ja eigentlich immer in einem kleinen Rahmen, dass man, ja, eine Auffrischung hat oder eine kleine Einführung für Neulinge und dann darauf aufbaut. Also mich stört das nicht. Stört es dich? Ich fühle mich eher schlau. Ich so, ah, ich weiß das. Ich weiß das schon. Vergleich zu den Figuren. Ich weiß, was jetzt kommt. Ja. Und manchmal sind es nur, also will ich so, so Sachen, so angetiste Sachen, wo man nicht genau, wo man als Erfahrener vielleicht mehr weiß als jemand anderes. Also, dass man so sagt, später kommen wir dazu, Holzee hat später eine Karte und dann hat sie gesagt, komisch, da ist ja gar kein Planet, wo ich dann so sagen kann, ja, das ist vielleicht High Charity. Also, da hat man vielleicht so selbst so Schlussfolgerungen, die man machen kann mit den Erfahrungen. Ja, genau, stimmt, stimmt, dass du einfach schon über das Geschriebene hinaus Wissen hast. So, und ich glaube, damit spielen die Autoren dann ja auch. Einmal das Einsteigerfreundlich zu machen, dass es irgendwie verständlich ist, aber auf der anderen Seite auch immer irgendwie, ich sage immer gerne mit diesem Soundfallwinken, hier, guck mal, für die, die es wissen, ich weiß das auch so nach dem Motto und hier, jetzt könnt ihr euch schlau fühlen. Das stimmt schon. Und genau, dann wird das Schiff auf jeden Fall zerstört, um da wieder zurückzukommen und dann gibt es ja, soweit ich das jetzt noch im Kopf habe, es wird ja selbst zerstört, dann gibt es ja einen kleinen Switch nochmal zu einem uns sehr bekannten Charakter, den wir aus Halo 2 und 3 kennen. Genau. Das müsste Johnson sein, oder? Ja. Genau. Man weiß es aber nicht direkt, dass es Johnson ist, so wie ich das noch beim Lesen richtig weiß. Es gibt erst mal so eine kleine Einleitung und warum wurde Johnson denn ausgewählt? Das ist denn jetzt quasi dieses Zwischengebiet zwischen erster Mission und zweiter Mission. Und für was wurde er ausgewählt? Genau, also er war ja in so einer Konferenz mit dann mehreren Ranghöheren, er wusste auch nicht genau, wer das glaube ich war, weil die so hoch im UNSC waren, dass ihm nicht alle bekannt waren und er war quasi dann in dieser Konferenz, in dieser Missionsbesprechung so der Praktiker, also der schon mehrere Schlachten hinter sich hatte und die anderen waren ja eher so die taktische Überlegung gemacht haben und dann wollten sie aber Johnson auch mit im Team haben, um halt zu erfahren, wie es auf dem Schlachtfeld ist, so habe ich es in Erinnerung. Genau. Und er soll dann halt eine Mission mit begleiten, nicht anführen, sondern eher begleiten und die Spartans sozusagen führen. So meine ich das, ist das, ne? Genau, was vor allen Dingen das Wichtige war oder was eben auch klar rauskommt, da die Spartans ja sehr jung sind, sie sind zwar, seit sie Kinder sind, Soldaten, aber was, ja, was eben Johnson und die anderen noch lernen müssen, ist richtige, ja, Gefechtserfahrung. Das wird auch immer klar gesagt, dass sie nicht so wirklich Kampferfahrung haben, dass sie nicht improvisieren können und dass denen auch noch dieses, ja, wie nennt man, dieses Sprachgefühl fehlt und da soll Johnson dann immer so ein bisschen, bisschen mithelfen. Genau, und, der wurde dann sozusagen auch so der Mentor vom Master Chief, wie man so mit Ranghöheren spricht und wie man seine eigenen Ziele so durchsetzt. Genau, genau, und dass man auch einfach mal, wie heißt es immer so schön, wenn Scheiße fliegt, Kopf einziehen und nicht gerade rausstrecken und was auch wichtig war, ist, dass Johnson ja bei den Scharfschützen war und dass der die militärische Ausbildung ja irgendwie auch irgendwie was, irgendwas vor den Spartans, was da mal war. Da gab es auch so ein Programm, das wurde dann aber beendet. Orion Projekt hieß das, das war so ein Testlauf oder fehlgeschlagener Spartanprogramm. Kann sein und da, ja doch kann sein, genau, und dadurch kennt er sich dann eben auch mit einigen Taktiken aus, die auch die Spartans wieder ja beigebracht bekommen haben oder genau, oder die sie lernen und dadurch war er dann eben prädestiniert für die Mission, die jetzt angegangen wird. Um was für eine Mission handelt es sich denn? Weißt du das noch? Sie heißt Stiller Sturm. Haha. Richtig. So geht das Buch. Und es geht halt darum quasi, dass man mit getarnten Flugobjekten, Raumschiffe, quasi weitere Allianz, wie heißt das, Flotten angreift. Also man möchte auf jeden Fall ein Schiff haben, das auch nicht zerstört ist. Das ist glaube ich so die Hauptmission. Also zumindest das Ziel war es am Anfang. Darauf ist es aber dann nicht gelaufen, sondern sie sind dann auf einen Mond quasi gegangen, wo sie dachten, da können wir die Allianz abfangen. Aber dann gab es ja noch die Rebellen, die noch da mit rein spielten. Weil die Rebellen oder beziehungsweise die Menschen, die auf den äußeren Kolonien, auf den Planeten, die weit weg von der Erde sind, lebten, werden ja vom Universum ein bisschen benachteiligt oder wollen sogar übernommen oder werden übernommen von Eunice in der Führung, obwohl die unabhängig sein möchten. Und da gab es ja dann auch lange diesen Krieg zwischen Menschen und Rebellen. Und der ist ja noch nicht abgebrochen, so wie ich das bekommen habe. Sondern die Rebellen möchten immer noch gegen den Eunice ankämpfen und jetzt die Allianzen nutzen, die Eunice zu schwächen. Beziehungsweise auch die Spartans loszuwerden. Genau, das ist eben, du hast dann, ja, ich sag mal, wir haben quasi die Master Chief Story, aber immer so kleine Einblicke dann mal für 10 Seiten bei den Ausständischen jetzt eben oder dann auch mal bei der Allianz. Und die Ausständischen wollen eben mit der Allianz kurz kooperieren, damit quasi die Eunice von denen vernichtet wird und sie dann unabhängig sind. also, ja, es ist so ein falsches Spiel so ein bisschen, aber die Allianz hat quasi, die stimmt dem zu, aber hat gar nicht das Ziel, die zu verschonen, weil die die Aufständischen denn unwichtig für die wären und die Informationen von denen ausgesaugt sind, hätten sie die auch verglast. Ja. Und es geht eben darum, dass auch der eine Planet, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, von dem der Mond ist, Biko, Biko, genau, Biko, dass die Ausständischen dort auch schon mehrere quasi Sturzversuche gemacht haben der Regierung, es aber nie geklappt hat und jetzt mit der Hilfe der Allianz, wenn da die Verwirrung groß ist, wollten sie es dann eben auch nochmal versuchen. Und der Witz an der ganzen Sache ist, dass der Mond, das ist so ein Eismond, auf dem ja quasi Eis abgebaut wurde, um diesen Planeten zu kühlen, so wie ich das mitbekommen habe, da ist es denn so, dass dort sich einmal die Rebellen mit der Allianz treffen wollen, aber dass UNSC für seine Kapa-Aktion diesen Planeten auch ausgewählt hat als Stützpunkt. Und deswegen kommt es dort zu einer Überschneidung und zu einem Gefecht, was ja gar nicht geplant war. Also das ist quasi dann die Mission 2, die denn eigentlich gar nicht als Mission geplant war, sondern spontan zu einer Mission wurde, weil auf, ja, wie nennt man das, so auf Widerstand getroffen wurde, obwohl gar nicht damit gerechnet zu rechnen war. Und da fing es halt quasi an, muss man vielleicht noch sagen, das sind jetzt nicht nur die Spartans, die da sind, sondern auch hunderte von ODSTs, glaube ich. Genau, also für diese Mission, ja eine Kompanie auf jeden Fall. Ja, genau. Und die wurde dann für die Mission ausgewählt, das ist, diese ODSTs sind auch die, so wie ich das mitbekommen habe, so eine der besten ODST-Kompanien. Und es gibt auch die ganze Zeit so einen kleinen, ja wie nennt man das, so einen Machtkampf innerhalb der, ja dieser, wie soll man das sagen, dieser Kampfeinheit zwischen ODSTs und Spartans, aber vor allen Dingen vom Käpt'n der ODSTs, weil er nicht so ganz den Spartans traut, der ist ja auch nicht so ganz sicher, wer sind die jetzt eigentlich und es kommen immer mal wieder so Zahlen zum Vorschein, dass die Spartans dann ja eigentlich noch gar nicht erwachsen sein können und nicht wirklich Kampferfahrung haben und deswegen geht er mit denen immer vorsichtig um und hält die lieber zurück und ist der Meinung, dass seine ODSTs das auch machen können, obwohl die Spartans für, ja, einige Sachen einfach viel besser geeignet werden. Und bei dem Ganzen haben wir auch in der ersten Mission vergessen, bekommt man immer noch so ein bisschen mit, dass irgendwie ein Mitglied in dieser Einheit versucht, das Ganze von innen heraus zu zerstören, also zu korrumpieren. Anders kann man das, glaube ich, gar nicht sagen. Und das bekommt man schon bei der ersten Mission so ein bisschen mit, weil dort ein Funkspruch rausgegeben wurde auf einem öffentlichen Kanal, den die Allianz auch abfangen konnte. und jetzt bei der quasi Zweitmission, in der wir uns gerade befinden, wird auch etwas gemacht, was denn eben ja gegen die Einheit der ODSTs arbeitet, aber auch ganz klar gegen die Spartans. Und gegen die richtet sich eigentlich primär dieser, ja, Hinterhalt kann man ja schon fast sagen, oder diese kleinen Spitzfindigkeiten. Und was mir immer ganz gut im Kopf kommt, ist, wenn es darum geht, dass die ODSTs vorgeschickt werden, obwohl die Spartans besser waren, ist diese eine Szene, wo das Gefecht dann auf dem Mond startet. Ich glaube, da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Genau. Ich würde da ganz am Anfang anfangen, weil ich das so überraschend krass fand. Das war ja so, dass die von den Pelikan abspringen oder Prowler oder was auch immer. Also ein Raumschiff abspringen vom Hangar, um dann auf dem Boden zu landen und dort zu kämpfen. Und das Krasse war ja, der Hangar ging auf und die ODSTs wollten gerade raus und dann hat man nur die Beschreibung bekommen, dass ein roter Sturm oder so den Spartans oder im ganzen Hangar erfüllt ist oder die Luft wurde rot, wo dann einfach dann auf einen Schlag dann einfach 30 oder mehr ODSTs gestorben sind, weil die abgeschossen wurden, weil die scheinbar schon erwartet haben, dass da jemand kommt. Das war ja auch so ein Ding. Genau. Wo die schon die Informationen hatten, da kommt jemand, waren vorbereitet, quasi das Flugobjekt abzuschießen. Dann sind ja auf dem Mond gelandet und die Spartans sollen ja die Kommunikationszentrale der Rebellen angreifen, damit die keine Verstärkung rufen und diesen dann haben sie quasi durch so ein System durchgegraben, wo dann viel Schnee war. Auch wieder von der räumlichen Vorstellung komplett irre, fand ich. Ja, das war ganz cool. Die sind da so ein Berg, genau, so ein Zylinder hoch geklettert, was so mit dem Berg war und dann irgendwie auch vertikal hoch. Vereist war, genau, ich habe es mir wie eine Pipeline vorgestellt, weißt du? Ja. Die so hoch und ja. Wo ob und so ein Knick drin war oder auch nicht oder keine Ahnung. Jedenfalls war dann die Sache, die ODSTs hatten schon diese Station kaputt gemacht und die Spartans waren einfach nur eine Ablenkung für die Rebellen sozusagen. Genau. Und waren aber nicht eingeweiht, weil halt das Misstrauen gegenüber die Spartans so groß ist, dass sie überhaupt was machen können. Genau, weil keiner kennt die und dann sind sie alle so ein bisschen misstrauisch und dann haben die ODSTs selber gemacht und die Spartans waren natürlich nicht not amused, wie man das so schön sagt. Und was auch ganz klar, dass man dort immer diese, ja, wie soll man das sagen, diese Erwartung von den Rebellen, dass die Allianz kommt und dass sie dann aber die UNSC empfängt, das schwirrt auch die ganze Zeit so drüber. So auch nach dieser Kommission, die du gerade beschrieben hast, gibt es ja eine Nachbesprechung und da fragen die sich auch, wie konnten die jetzt, wieso waren die sofort schussbereit? Weißt du so, die müssen ja jemanden erwartet haben, weil da waren ja diese Bunker, die der Chief dann aus dem, also das war auch eine krasse Szene, der springt dann aus diesem Flugzeug raus, ohne Befehl muss man auch sagen, da hat er ja den Befehl sich wieder setzt quasi, er sollte eigentlich als letzter mit raus, ist dann aber nach vorne gegangen und ist einfach rausgesprungen und während des Rausspringens hat er zwei Anti-Air-Weapons quasi mit einer Rocket ausgeschaltet. Das war wieder so eine typische Halo-Szene, der Chief springt irgendwo raus und macht irgendwas mit einer Rocket platt. Ähm, genau, und, äh, was eben denn bei der Nachbesprechung auch rauskam, dass sie ja jemanden erwartet haben müssen, aber da weiß noch keiner, wen sie erwartet haben. und das kommt dann aber später eben raus, dass sie die Allianz erwartet haben und, äh, was dort bei dem Gespräch auch, was ich sehr markant fand, rauskam, ist, dass denn die Swatons eben sehr jung waren. Ähm, ich glaube, da, da war dann der Punkt, wo man wusste, dass sie 15 oder 16 sind und, äh, die Leute von New NSC, also zum Beispiel der UDST-General, wollte denen ja keine Kinder in den Kampf schicken und deswegen war das einfach alles komplett, äh, Murks, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, weil danach wird ja quasi der Planet von den, von der Allianz erreicht. Mhm. Genau. Ja. Und? Was hast du dir dazu aufgeschrieben? Natürlich die ganze Zusammenfassung, alles, was du gesagt hast. Es war noch so, ähm, die Spartan haben nicht nur Kritik abbekommen, sondern auch Lob quasi und Zuspruch von jemandem, der aber noch nicht das Sagen hatte. Stimmt, ja. Und der, also von, genau, wollen wir das schon spoilern? Ja, kannst du schon spoilern. Und der stellt sich dann offensichtlich, also irgendwie offensichtlich, fand ich, als Verräter raus, quasi, weil der hat die ganze Zeit die Spartans halt auch in den Kampf haben wollen am oberster, äh, am vorderster Front. Äh, damit die halt viel abbekommen und hoffentlich auch sterben, ne, also, damit das UNSC geschwächt ist. Also es ist quasi jemand, wie nennt man das? Ein Maulwurf in der UNSC, der eigentlich zu den Rebellen gehört. Ja. Genau, genau. Das muss man ganz klar sagen, der gehört zu den Rebellen. Und, und zwar wird das auch ganz, oder, wir kriegen es denn nicht so klar mit, aber, die UNSC flüchtet dann vom Mond, also diese Einheit mit den Spartans und den ESTs, äh, weil die Allianz ja kommt und die Allianz, man sieht es denn davor kurz aus der Sicht der Allianz, die haben so einen speziellen Schwertmeister mit dabei, der so ein bisschen als Antagonist auch aufgebaut wird und der sieht denn, dass diese Prowler von dem Mond starten. Und, das sieht die, ähm, sag ich mal die, ja wie nennt man das, die Verteidigungs- oder die, nein, die Scouter, sag ich mal so, die Scouter auf dem Schiff kriegen das nicht mit, weil diese Prowler ja getarnt sind. Deswegen wird ihnen das nicht auf deren Anzeigeboards gezeigt. Aber dieser Schiffsschwertkriegsmeister, was weiß ich, der kriegt das dann ja darüber mit, weil er einfach rausguckt und dort die schwarzen Punkte hochsteigen sieht. Und das ist der Punkt, warum denn die, äh, die Allianz den Mond attackiert, obwohl es dort eigentlich ein freundliches Treffen geben sollte. Ähm, und dann flüchtet Dionyssey und beim Fluchtversuch gibt es dann ja ein Problem mit dem einen Prowler, der stützt ab und, äh, zur gleichen Zeit, wurden die Spartans aber nur auf dem Mond dann quasi gelassen, um die Rebellen zu bewachen, die abtransportiert wurden und gefangen genommen wurden. Die sollten die dann nur bewachen, anstatt, äh, wieder an der Front zu kämpfen. Und, äh, der Master Chief sagt dann irgendwann, okay, jetzt reicht's hier. Ähm, das eine, das eine, sag ich mal, der eine Prowler ist abgestürzt und wir sind die Einzigen, die noch auf dem Mond sind und helfen können und dann rennen sie dorthin und versuchen den, äh, Prowler quasi zu retten, in dem dann ja auch Johnson drin war. Mhm. Und, ähm, bei diesem Gefecht wollten sie eigentlich die ganze Zeit Hilfe haben von, äh, von, von den, ja, von anderen Prowlern, die dann noch, äh, umdrehen konnten und, äh, quasi Feuerschutz geben und da hat dieser, dieser Maulwurf quasi Ewigkeiten rumgeflogen und hat gewartet, bis er den, ähm, ja, den Spartans hilft und währenddessen, ähm, hat auch, äh, die Allianz versucht, den Prowler, in dem Johnson ist, zu bergen, weil die auch deren Technologie wollen. Ähm, genau. Und da gibt's dann so ein kleines Gemetzel und am Ende sprengen sie den Prowler, Johnson ist gerettet und, äh, sprengen den auch noch. Dabei entsteht aber eine schöne, kleine Schneelawine. Genau. Und, äh, das ist dann quasi das Ende von der zweiten Mission. Ja. Soweit ich's noch im Kopf hab. Genau. Und... Ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen kannst. Ähm, ja, nebenbei starb noch eine Nebencharakterin, die die Anführerin war von der Mission. Aber das war halt... Stimmt, ja. Das ist jetzt nur ein Detail. Stimmt. Dann wurde halt der, ähm, der Maulwurf. Wir können ja mal den Namen sagen, damit wir ihn haben, aber... Newton, Nato, keine Ahnung. Ich hab den Newton immer einfach genannt. Ja. Newton. Newton. Äh, dann wurde dann der Kommandant, also jetzt wurde der Maulwurf quasi zum obersten Anführer. Äh, für die Mission. Ähm, was dann auch interessant war, ist, dass dann der, ähm, Elite, der halt, ähm, der Erste Klinge wurde da genannt. Also irgendwie so ein... Stimmt, Erste Klinge war das ja. Ich weiß nicht, ob das so ein Attentat-Elite ist, wie man es aus Hello Infinite jetzt kennt, ne? Der trifft... Ja genau, so einer ist das. Das ist so ein Special-Attentat-Eliten-Typ. Genau. Genau, der trifft dann die Rebellen, wo es ganz witzig war. Da gab's dann eine Szene, wo dann aber ein Rebell dann drohte, äh, sich wegzusprengen. Er war mit Sprengsatz quasi an seinem eigenen Körper neben dem Elite und der Elite, der Erste Klinge, war ihm das eigentlich völlig egal. Er fand's nur beeindruckend, dass der, äh, dass der Mensch sich selbst umbringen möchte, um seine Ziele durchzusetzen, ne? Aber war ihm dann egal und konnte sich dann durchsetzen, dass dann der Mensch dann abtransportiert wird. Genau, wurde einfach stillschweigend als kleines, jammerndes Kind in die Ecke gestellt, so nach dem Motto. Genau. Stimmt, die Zähne gab's, die haben sich ja doch noch getroffen, denn, ja, siehst du? Die Menschen haben neue Daten angeboten und halt gesagt, dass sie Spione in New Jersey haben und dann über die Mission des Bartens dann weiter berichten. Genau, stimmt, die haben, ich glaub, auch über die Spaten-Rüstung haben sie denen, glaub ich, auch ein bisschen was gegeben, ne? So wie ich das noch im Kopf hab? Ja, ich glaub schon. Ja, irgendwelche Daten, Datenkarten, hab ich mir jetzt aufgeschrieben, haben sie denen gegeben. Genau, und dann, dann, dann ist ja quasi der Maulwurf enttarnt worden, also von, also es ist noch nicht rausposaunt worden, aber Johnson weiß es, von, von den ODSTs, der weiß es, der Chef, und dann wurde es so gemacht, dass alle, also die Spartans wurden weiterhin zurückgehalten und es wurde so getan, dass, ja, der, der, der Chef von den ODSTs immer noch schlecht auf die zu sprechen ist. Da war noch, was er noch an, wenn ich da rein stützen darf, war ja noch ein Charakter, der auch sehr skeptisch gegenüber, ähm, den, äh, Spartans war, wo dann der Masterchef, ähm, dachte, vielleicht ist doch er der Verräter und nicht der, ähm, der eigentliche Maulwurf, der ja die Spartans so gelobt hat und sich eingeschlammt hat, ne? Da war ja auch noch, ähm, war das nicht sogar der von der, von den ODSTs der Chef, den du meinst? Oder? Du meinst jetzt Chef von ODST, dass ich Chef von ODST und Missionsanführer durcheinander bringe? Äh, ne, 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 ich dachte aber das, aber kann sein, ja, ja, das kann sein, das, aber auf jeden Fall ist das denn ja so, dass die, dass alle auf die Mission geschickt werden und die Spartans zurückgehalten werden, aber der, der ODST Hauptmann quasi mit den Spartans, äh, oder die auf eine andere Mission dann schickt, damit sie nicht mehr, äh, in der Nähe von dem Verräter sind. Genau. Sondern, dass sie weg sind und der Verräter wurde auch darüber nicht quasi informiert und die Spartans sind dann quasi zu dem Planeten geflogen, der vorher von den, äh, von der Allianz verglast wurde. Ähm, weil der Gedanke an dem Ganzen ist ja, sie müssen ja irgendwo ihre Waffenstützpunkte haben oder ihren Treibstoff auffüllen und deswegen sind sie dorthin gegangen, wo es quasi, wo sie davor waren, weil sie davon ausgehen, dass dort dann noch Schiffe sind, die, äh, ja, bestimmte Güter transportieren. Ich glaube, so kann man es ganz gut sagen. Genau, es geht ja insgesamt auch darum, die sind ja in diesem menschlichen System, Galaxis, wie man das sagt, eingedrungen, die Allianz, aber die brauchen ja auch irgendwie, äh, einen Versorgungsweg aus ihrer Heimat quasi und da wird halt gesagt, die benötigen halt auch Stützpunkte, die zuvor menschliche Stützpunkte waren, um dort Ressourcen zu lagern, um die eigentlich vorzubringen. Genau und quasi ist das denn, das ist denn die Mission des Spartans und das ist denn ja quasi die dritte Mission und, ähm, die ist auch ziemlich klein. Also das sind jetzt drei Kapitel nur, ne, da geht es halt darum, ähm, Holstie ist auch dabei, die plant so ein bisschen, sie studiert ja die Allianz auch nebenbei, natürlich, und, äh, überlegt dann, welches Schiff ist vielleicht am besten zu zerstören, also wo kann man mehr, äh, ähm, einen Vorteil rausziehen und dann wollen die, glaube ich, so einen Munitionstransporter zerstören und teilen sich da auf und da geht es wieder los, dass die Spartans, äh, diesmal haben sie geklaute Benjis, die sie, äh, die nehmen, um, äh, dann sich reinzuschummeln, ne, die Benjis sind so kaputt gemacht worden, dass sie nicht kommunizieren können mit anderen, zumindest soll das so aussehen und schummeln sich dann in so eine Benji-Staffel von anderen Eliten rein, um dann, äh, näher zu kommen, ähm, genau, um auf das Schiff zu gelangen. Aber die anderen Spartan-Teams haben schon ein Schiff zerstört und durch die Explosion werden die Benjis auch kaputt, äh, zerstört quasi, also die können nicht mehr benutzt werden, die Spartans fliegen raus und jetzt haben wir wieder die Situation, dass die Spartans im Weltraum rumfliegen äh, und mit ihren Twaster-Packs sozusagen den Vektor anpassen, um dann Richtung Schiff weiterzukommen, um da die Bombe zu zünden. Diesmal, da ist es diesmal eine Bombe, ne? Und da finde ich das wieder ein bisschen komisch, also auch insgesamt, wie die durchs Raum, wenn sie dieses Raumschiff fliegen, äh, Raumschiff, durch den Weltall fliegen und dann mit ihren Twaster-Packs den Vektor anpassen können und so, damit sie da nicht rumgeschleudert werden und so, und weiter und so fort. Das ähnelt alles so Halo 5, Halo Infinite, finde ich. Obwohl die ja... Ja, genau wie sie denn, wie sie es schaffen, im Weltraum dieses Trudeln zu untersagen, indem sie die Twaster-Packs irgendwie ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts ausschieben, damit sie nicht mehr rumtrudeln, ne? Genau. Wie das denn beschrieben wird. Und da ist für mich ein bisschen die Kritik, nicht sehr stark, aber schon, finde ich das kritisch, dass sie quasi die Vergangenheit ein bisschen verändern, wie das so war mit den Spartans aufgrund der neuen Spiele, die es gibt. Wo ich mir dachte, vorher war es einfach so, der Spartan trifft irgendwo auf, bam, ne? Oder hat seinen Job. Einmal ein Stein in der Luft. Genau, wie in Halo 3. Aber hier können sie jetzt filigran, wie so ein Raumschiff, zu düsen, ablassen, links, rechts, und so ihre Route korrigieren. Und das wirkt alles so ein bisschen, als würde Team Osaibus gleich auftreffen und dann auch ihre Twaster-Packs und alles so raus holen. Ich habe es mir immer ein bisschen so erklärt, dass sie eben dann die Ausrüstung haben für die Mission, die sie gerade machen. Weißt du? Ja. Weil in den Spielen ist ja eigentlich nie geplant, dass der Martian Chief dann auf einmal im Weltraum ist. Deswegen hat er vielleicht die Düsen nicht mit dabei. Und so erkläre ich es mir eben, weil sie da wissen, dass sie im Weltraum sind, dass sie die Düsen dann einfach dabei haben. Aber an sich stimmt das schon. Das ist immer so ein bisschen, wirkt so, wenn du die Halo 1 überlegst, wie er da eigentlich wie ein Stein überall aufprallt. Keine Steuerung, kein Nichts. Und da kann er dann auf einmal quasi einen Tanz vollführen im Weltraum und kann exakt dorthin navigieren, wo er hin will. Ja, oder auch dieser, also ein anderes Thema, dieser Elite-Attentäter, den wir angesprochen haben, ähnelt ja auch dem Halo Infinite-Typ, den ich auch direkt im Kopf hatte. Ja, ich habe auch gegoogelt, das ist er aber nicht. Ah, okay. Der soll auch anders aussehen. Aber ja, genau das habe ich gegoogelt, weil ich dachte auch, dass das dieser Endgegner quasi ist, dieser Zwischenendgegner aus Halo Infinite, ist er aber nicht. Und das soll auch eine, quasi eine ältere Gruppierung sein, die wir haben, die Klingenmeister. Ah, okay. Die sind sehr alt und bekannt, dass die immer solche Aufträge machen. Und was ich aber, also was auch wieder, um nochmal zurückzukommen zu diesen Banshees, was ich wieder cool fand, ist, dass da vorher auch kurz erklärt wurde, dass sie das Fliegen lernen mussten, wie das funktioniert, weil keiner ist vor denen vorhin ein Banshee geflogen. Und, dass sie eben gar nicht wussten, dass wenn das andere Team jetzt seine, es sind ja immer so atomare Sprengköpfe, die auch ein EMP auslösen, und dass sie dachten, dass die Banshees dagegen, ja, immun sind. Aber waren sie gar nicht. Banshees sind dann ja durch die Explosion kampfunfähig geworden, weil sie da so eine ganz schlechte Abwehr gegen hatten. Genau, und dann sind sie ja aus den Banshees raus. Und ich fand die Beschreibung cool, weil sie sind ja zwischen den anderen Banshees, die von den Eliten geflogen wurden, ausgestiegen. Und dann diese kurze, kleine, ja, wie nennt man dieser Monolog von Master Chief? Jetzt müssen die aber blöd aus der Wäsche gucken, dass auf einmal Spartans da rauskriechen. Und so die Vermutung, aber die werden jetzt auch nicht aussteigen, weil sie nicht fähig sind. Genau, genau so aussteigen jetzt. Die wollen einfach nur eingesammelt werden und überleben und ignorieren jetzt die Spartans, die da rumfliegen. Genau. Und da war es auch ganz witzig, dann war ja, ich glaube, Kelly oder wer es, nee, Linda ist die Scharfschützin im Team, Blau, ne? Die war ja immer im Hintergrund auch im Weltraum mit ihrem Scharfschützengewehr unterwegs, um die, um Master Chief mit der Bombe zu verteidigen. Das fand ich auch ein bisschen weird. Stimmt, 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 jetzt wo du das sagst, ja, ja. Dann schießt da noch ein paar Gegner ab, quasi, die gerade auf dem Master Chief schießen, damit der Master Chief letztendlich dann die Bombe in der Nähe des Schiffes oder des Transporters zünden kann. Und dann ist ja so ein Cliffhanger, dass er eigentlich genau neben der Bombe ist oder zumindest in der Nähe. Hat er überlebt? Oder nicht? Hat er? Die Fallhöhe in dem Film, in diesem Buch, ist auch sehr hoch. Ja. Ist auch ein bisschen schade, weil der Protagonist, wir kennen ihn, wir wissen, er überlebt. Ja. Da kann nicht viel passieren. Aber das Ende des Kapitels ist, ja, es wird alles weiß oder irgendwie so und die Bombe explodiert genau neben ihm. Boah, was jetzt wohl passiert? Wird er es überleben? Wird er es nicht überleben? Aber es ist dann auch eine der Punkte, wo du immer diesen, dass er das selber macht, ne? Dass er nicht abgeben kann, quasi, sondern immer alles selber machen möchte und Angst hat, wieder was zu verlieren, was wir vorhin schon angesprochen haben. Mhm. und, ähm, ja. Ja, wo auch Johnson, war es Johnson, der ihm das immer sagt, sei kein Held, ne? Sondern denkst daran, dass er irgendwann Schaden bekommen kann und da gleich in Mission 4 ist das auch sehr deutlich geworden. Das, genau, das kommt ja jetzt gerade jetzt vor, jetzt, ne? Jetzt haben sie ja das zerstört, ähm, quasi, die Andern, die, die UDSTs, die sind ja noch woanders bei dem Mond und Planeten und kämpfen da ein bisschen und, ähm, der Chief und sein Team haben es ja geschafft, quasi die, ähm, ja, wie heißt das, die, ich will es jetzt einfach mal, Waffenlieferung aufzuhalten und dabei wurde ja Kartmaterial gesichert. Ja, stimmt. Und da, genau, und durch dieses Kartenmaterial kriegt, holt sie es ja hin, ähm, rauszufinden, wo quasi der, ja, wie nennt man das, der, der Ressourcenstützpunkt ist, kann man das so sagen? Ich glaub schon, ne? Ja, sie hat aber eher so Gravitationspunkte eher in dieser Karte gesehen, dass da irgendwas sich bündelt, ne? Oder, es gab mir, es gibt ja so Punkte, es gibt ja diesen Splips, Splips, ach, Slipspace, das ist so der Hyperraum, wie in Star Wars, dass sie genau da dann schneller reisen können, ne? Und hat dann halt herausgefunden, es gibt da gewisse Punkte, wo man hinreist, wie so Routen und da werden dann so Gravitationssachen gebündelt und vermutet dann da Allianzstützpunkte zu haben. Ja. Und dann geht's darum, dass sie einfach mit den überbliebenen UDSTs und den Spartans, quasi der Allianz, ein Schnippchen schlagen. So würde ich sagen, ne? Man bekommt dann noch, zwischenzeitlich kriegt man noch einmal die Sicht der Allianz, die sich so fragt, so, ah, kacke, jetzt haben wir hier unsere Waffenlieferung nicht bekommen, wir können den Planeten jetzt nicht verglasen, wir müssen zurück und dann sind eben, die ganze Zeit ist auch immer noch so ein, ähm, ja, Prophet dabei, ähm, der aber kein hoher Prophet ist und der allen so ein bisschen auf die Nerven geht. Oh ja. Und, ja, und da ist es dann so, dass eben überlegt wird, okay, ähm, wo, wo werden die Menschen jetzt zuschlagen, weil auf einmal haben die Menschen was in der Hand, Kartenmaterial von ihrer Welt oder ihren, ihren Stützpunkten, wollen die zu High Charity, oder wollen sie doch zu unserem Rüstungsplaneten und dann, dann überlegen die mit dem Klingmeister und dann wird dann philosophiert, ähm, und am Ende entscheiden sie sich eben, dass sie mit ihrer Flotte doch zum Planeten fliegen, nicht zum High Charity. Das ist ja, du sagst, sie diskutieren, die haben sich richtig gestritten, weil der, der, ähm, San Suwima, der Prophet, ähm, wollte unbedingt High Charity schützen, äh, quasi, weil er dachte, jetzt werden die Menschen direkt High Charity angreifen und wenn wir das nicht aufhalten, ne, dann sind wir unwürdig, ne, und er wollte sich ja eigentlich nur gegenüber den höheren Propheten profilieren, um dann zu zeigen, ich habe, ich als niedriger Minister oder irgendwas, habe es geschafft, High Charity vor den Menschen zu retten und der Flottenmeister konnte das aber, oder die Klinge, konnte das viel besser einschätzen, was sie als nächstes vorhaben. Genau, genau, weil sie einfach, ich würde einfach sagen, weil die Klinge mehr Kampferfahrung hat, hm, oder, oder logischer denkt schon, oder auch vielleicht anders, weil sie sich mehr in dieses Menschendenken reinsetzen kann. Ja, und nicht politisch, ne, der andere will ja eigentlich nur seinen Status erhöhen und der andere, genau, und gibt vor, die heilige Reise, die große Reise zu beschützen, ne. Das war sowieso immer so, ja, und jetzt müssen wir, genau, und das haben die Eliten ja aber auch erkannt, dass er sich ja nur profilieren will und haben das dann auch immer in ihren Monologen so, ja, mach du mal dein Ding. Und immer diese Mordfantasien, gleich hole ich mal ein Partikelschwert raus und schlachte ihn einfach ab. Echt, das ist wirklich, und, äh, no Spoiler, aber da passiert ja noch was Schönes mit dem Jungen. Ähm, ich finde aber, dass das, das gibt diesen Ganzen dadurch, dass man das in diesem Buch einfach mitbekommt, äh, dass eben auch wieder kleinere Propheten, ja, vorhanden sind in der Allianz, dass, man weiß es, wir wissen das ja schon auch aus dem anderen Buch, zerbrochener Kreis war es, glaube ich, ähm, aber trotzdem finde ich es immer noch mal wieder schön. Und, ähm, auch zu sehen, dass, wenn jetzt nicht die drei Heiligen sind, Propheten, dass die anderen nicht ganz unantastbar sind. Sondern, dass die eigentlich sich alle nur, ich finde irgendwie, das ist wie so ein bisschen in Griechenland irgendwie damals so, wie in der Politik, fühlt sich das immer an mit den Propheten, dass die sich immer so, so kleine, dicke, äh, Philosophen, die sich irgendwie mit irgendwelchen Intrigen versuchen, nach oben zu, zu arbeiten, äh, in der Politik, aber keiner kann sie wirklich leiden. So. Und wenn sie jetzt nicht gerade eine der hohen Figuren sind, werden sie auch gerne mal, ja, äh, verbal auch hops genommen. Wurde er ja auch. Also er wurde, er wurde einfach nicht für voll genommen, teilweise. Ja, genau dann, ja, das haben wir jetzt gehört, machen wir was komplett anderes. Ja, komm, halt die Klappe. Ja. Geh wieder, geh wieder mit deinem Gravilift irgendwo anders spielen. Kleiner Profi. Und da war auch mal der, die Überlegung, auch bei den Mordfantasien, es wäre Blasphemie, wenn wir jetzt einen an den Propheten, auch wenn er so niedrig ist, äh, umbringen. Und damit würden wir die Reise gefährden oder die Propheten haben ja auch eine höhere Stellung, damit würden wir die beleidigen. So in dem Sinne. Aber dann haben sie so gesagt, aber auf der anderen Seite ist es halt praktisch, wenn er die Klappe hält. Es wäre einfach, es wäre einfach logisch und besser. Ja. Ähm, genau. Und dann, ähm, haben wir ja die sich, dann haben die sich quasi entschieden, ähm, ich würde es jetzt einfach den finalen Showdown nennen vom Buch. Ähm, und den hast du ja jetzt, glaube ich, auch erst jüngst denn gelesen, ne? Genau. Die letzten 100 Seiten. Bist du doch eigentlich ganz frisch. Denn, äh, überlasse ich jetzt hier einfach das sprechen? Verdammt. Verdammte Axt. Holstie hat ja, ich habe die Zusammenfassung jetzt hier ausführlicher geschrieben, deswegen alles gut. Äh, Holstie hat ja die Karte studiert, die wissen jetzt, wo es hingeht. Ähm, sie wissen noch nicht, was sie erwarten, aber auf jeden Fall irgendwas von der Allianz, was sie zerstören möchten. Wo sie denken, das muss was von der Versorgung sein. Genau, und da sind ja auch alle jetzt dabei, also die Odis-T's, die noch übrig geblieben sind, äh, sind dabei inklusive dem Maulwurf, wo ist das Maulwurf eigentlich? Ja, dem Maulwurf, den Verräter, wo sie wissen, wo sie wissen, das ist jetzt der Verräter, ähm, der ist auch dabei, Johnson ist auch dabei, alles, also alle zwölf Spartans, wo wir auch nie wissen, wer jetzt wirklich in Team Grün und Gold ist, ne, also der jeweilste Anführer, einer heißt Kurt, keine Ahnung, die anderen Spartans sind einfach egal, ähm, ich muss auch sagen, das haben wir noch gar nicht angesprochen, das habe ich dir aber auch mal so gesagt, dieses Buch hat so unverschämt viele Namen, da bin ich irgendwann, steige ich dann einfach aus, die wichtigsten behalte ich, und den Rest, den vergesse ich dann immer ganz gerne mal. Ja, das haben wir, ich habe ab und zu mal wieder im Buchtalk gehört, das haben wir so häufig, dass da einfach Namen gedoppt werden, um einfach mehr Charaktere zu haben, weil da ist auch viel unterwegs, ne, äh, ja, manchmal auch so umständlich, vielleicht, aber manchmal erfährt man auch Namen und denkt, ah, den kann ich wieder vergessen, oder hoffentlich wird er nicht wichtig. Jedenfalls sind wir jetzt unterwegs, ähm, die haben jetzt unterschiedliche Aufgaben, die Spartans sind so verteilt auf jedem Schiff, dass sie die Odyssees begleiten und so ein bisschen, äh, nicht die Odyssees, die Prowler mit dem Maulwurf beobachten und schauen, was machen die, nicht, dass sie in die Mission eingreifen und die sabotieren. Und es war dann so, wir hatten vor allem die Perspektive von Johnson und dem Kritiker des Spartans, der aber dann der Sympathisant wurde, ne, ähm, die halt dann den obersten Anführer, den Newton, nennen wir ihn ja einfach, dann hatten, wo ich dann herausstellte, ja, der möchte die Mission sabotieren und nicht nur er ist sozusagen auf Seiten der Rebellen, sondern die ganzen Leute auf dem Prowler, also die ganze Mannschaft sind Rebellen, nicht nur er, und töten einmal den Sympathisanten, also den, äh, der halt Johnson des Spartans unterstützt, tötet den Johnson. Genau, ich sag mal, der, 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 der UDST-Captain, nennen wir ihn, ich hab den Namen auch nicht mehr im Kopf. Auch wie dann, guck mal schon, Name Corvors, der, egal. Der ist jedenfalls tot, fand ich in dem Sinne, schön, dass ein Charakter aufgebaut wurde, wo man den halt auch fallen lassen kann, weil Johnson kann's nicht fallen lassen, oder, da gibt's halt dann ein bisschen eine Fallhöhle, Stimmt, stimmt. den Charakteren, Johnson hat natürlich überlebt, hat sich rausgekämpft, ähm, war dann mit anderen UDSTs dann im Weltraum, weil die wurden aus dem Hangar geblasen, äh, und hat dann sein Ortungsgerät angemacht. Eigentlich ein großer Fehler, weil, die Allianz soll ja nicht wissen, dass da jemand kommt, aber Johnson hat gedacht, wenn jetzt, jetzt sein Ortungsgerät angemacht wird, wird der Poehler entdeckt und die Rebellen werden dann angegriffen. Jedenfalls nebenbei, äh, ist dann Chief mit dem Team Blau und UDSTs, ähm, dabei, die Versorgung anzugreifen, und das ist diesmal eine Art Ring, was so eine Werft darstellt, also über dem, über dem, einem Planeten ist ein Ring, wo dann die Raumschiffe der Allianz repariert, hergestellt werden sollen, die sie aber nicht angreifen können, weil mehrere Flotten Schiffe sich über diesen Ringen, sozusagen, verteilt haben. Und dann kamen die auf die Idee, da müssen wir halt auf dem Planeten, wo es Gravitationslifte gibt, ähm, wo halt auch Ressourcen transportiert werden, um halt den Lift zu benutzen und so auf den Ring zu kommen und dann mindestens zehn Stationen auf den Ring zu, äh, zerstören, damit das in die Atmosphäre knallt. Genau, den Ring quasi zu destabilisieren, ne, dass der dann quasi in sich selbst zusammenfällt, weil er zu wenig Struktur hat, durch die zehn zerstörten, ne, Teilstationen, da gab's dann zum Beispiel auch, wo sie dann halt auf diesem Planeten waren, da waren wieder normale Allianzstädte, ne, wie wir es auch in Kilo Pfeifen so ein bisschen kennen, ne, die Leute fahren da rum, also das sind eher so Zivilisten und da fand ich auch interessant, da hatte der Master Chief auch so Gewissensbisse oder so eine innere Diskussion, jetzt bringen wir Zivilisten um, obwohl die ja gar nichts dafür können, ist es jetzt schlecht, dass wir die umbringen und dann hat es gerechtfertigt, ja komm, er hat, äh, die Allianz hat die Planeten verglast, wo Millionen oder Milliarden gestorben sind, die auch nichts dafür können, das gleicht sich dann aus oder ist dann das Gleiche oder die Zivilisten, ausgleichende Gerechtigkeit zu haben, oder die Zivilisten stellen ja auch, äh, Kriegswaffen her, dann, da haben sie sozusagen es nicht anders gewollt, auch wenn die, ganz wissen wir ja, versklavt sind, ne, versklavt wurden, äh, von der Allianz, um für die zu arbeiten. Jedenfalls ging es dann darum, ähm, ein ODST wurde hinterlassen, weil er verletzt war, hat er noch eine Bombe bekommen, um auch ein bisschen Schaden anzurichten, äh, die ging dann in den Rekord. Darf ich da kurz eingrätschen? Ja, klar. Ähm, und dieser verletzte ODST, der wurde dann ja nur verletzt, weil der Master Chief bei dem Gefecht zum Gravilift quasi dem eine Aufgabe, ja, übergeben hat, die auch er hätte machen können, aber, weil er ja sich wieder daran erinnert hat, was Johnson gesagt hat, du kannst nicht alles machen, du musst den Leuten auch vertrauen, mit denen du unterwegs bist und arbeitest, ähm, ja, hat er das dann abgegeben und dadurch ist der ODST dann so schwer verletzt worden, dass er, ja, sterben musste und da war dann auch wieder so Gewissensbisse, hätte ich das jetzt machen sollen, das, was eben die ganze Zeit das Buch so ein bisschen begleitet, dass der Chief selber alles machen möchte und nicht abgeben kann und wenn er es denn macht und wenn es schief geht, dann ist er ganz, dann bläst er etwas Trübsal. Wobei er, ich glaube, er konnte das dadurch, dass er halt, ähm, den ODST, so so ein Kamikaze-ODST mit der Bombe gemacht hat, das wieder ein bisschen rechtfertigen für sich, er hat ja jetzt auch, ähm, was getan, quasi, oder ist gut abgegangen, sag ich mal, hört sich mal Cover an. Noch ordentlich, wer hier mitgenommen hat. Er hat sich das, glaube ich, für sich so ein bisschen gerechtfertigt, der ODST hat dann ja was bewirkt, den er verloren hat. Genau. Genau, wurde zurückgelassen. Genau, wurde zurückgelassen, aber was ich auch noch ein lustiges Detail fand, äh, man hat dann später auch festgestellt, die Allianz fand, finde das gar nicht so toll, nicht nur, weil die Werft kaputt, zerstört wird, sondern auch, weil dieser Planet auch Blutsväter-Strukturen hat, die auch mit zerstört werden oder durch die Menschen entweit werden. ne? Entweit, wenn wir dieses entweit, genau, die heiligen Städten. Genau. Jedenfalls fliegen dann den Lift hoch, dort ist auch ein ziemliches Blutbad, weil die Allianz, scheinbar auch die auch erwartet, weil sie auch wissen, die sind auf dem Planeten und gehen da jetzt hoch. Und da sterben auch viele ODSTs und die kämpfen sich dann, sozusagen, Spatens kämpfen sich voran, die ODSTs setzen die Bomben, um halt die Sektoren, äh, zu zerstören und das funktioniert auch ziemlich gut. Die ODSTs sind dann irgendwann auch, äh, erledigt, also sind dann gefallen, sag ich mal, und die Spatens haben dann weitergebracht. Was ich recht spannend fand an der ganzen Sache war, wie sie oben angekommen sind, quasi, und sie dann ja auch gegen die Zeit arbeiten mussten, dass, äh, weil die Bombe ja unten explodiert, beim zurückgelassenen ODST und die Problematik war ja, dass sie den Gravilift, dass der zu langsam war einfach. Der hat zu lange gebraucht und den Zünder haben sie, glaube ich, auf eine halbe Stunde eingestellt und sie haben es gerade so geschafft rechtzeitig oben anzukommen und mussten dann aber sich noch ein bisschen reinkämpfen und das war ja alles so ein bisschen unter Zeitdruck und das fand ich eigentlich ganz spannend geschrieben. Auch die Explosion, wie sie denn die Leute dann nochmal rumgewöbelt hat. Und die eine wurde dann ja auch zurückgelassen. Die hat es dann ja nicht rechtzeitig zu dieser Safe Zone geschafft und, äh, ja, da hatte der Master Chief dann ja auch schon wieder Gewissensbisse. Ja, wobei, ich habe schon den Eindruck gehabt, er konnte zwischen Spadens und ODST schon gut unterscheiden, wie man es verlieren kann. Ja, ja, weil mit den anderen ist er eben aufgewachsen, ne? Wie Brüder ist das ja und die anderen sind dann, da sind wir böse an, aber ODST sind für ihn dann auch nur Kanonenfutter, so ein bisschen. Ja. Jedenfalls haben der Ring ist schon fast zerstört und dann haben wir eine kleine Perspektive auf die Allianz, wo dann der Klingenmeister losgeschickt wird von dem schmutzigen Propheten, sag ich mal, von dem Super, wie er genannt wird. Schickt dann halt die erste Klinge, um die Spartens zu töten und dann kriegen wir auch mit, wenn, wo Team Blau und die OSCs weiter sind und dann auch kämpfen, dass der Chief dann auch auf diese erste Klinge stößt. Also, das finde ich explizit gesagt, aber durch die Beschreibung der Eliten kann man das nicht denken. Man muss aber ganz klar, sie stoßen ja nicht beim Ring auf die Elite, sondern sie gehen ja von dieser Station, quasi dieser Ringstation, gehen sie ja noch zu einem im Bau befindlichen Schiff, fliegen sie ja noch rüber im Weltraum. An der Station, genau. Genau. Genau, und da im Hangar gibt es dann den Kampf und der war ja super interessant, fand ich, weil dort der Chief das erste Mal auch verletzt wurde. also in einem Vorkampf wurde schon seine Schulter oder wurde seine Schulter verletzt jedenfalls, die Schilde wurden durchbrochen und er wurde so verletzt, dass auch Blut in seiner Rüstung sozusagen, sie verläuft, wo man dann auch gesehen hat, er ist verletzlich und was da auch so ein bisschen Johnsons Lehre war, quasi, du bist auch nicht unkaputt, war man, ne? Ja, und vor allen Dingen auch, ich finde, dass die Eliten da dann auch wieder ein bisschen, dass es klar ist, es gibt die Eliten, die sind nicht so gut ausgebildet, aber wenn du auf Eliten triffst, die genau so ein Militärprogramm quasi durchgemacht haben wie die Spartans, dass das schon ebenwürdige Gegner sind. Man darf ja nicht vergessen, dass die meisten Eliten, die ja auch in den Spielen getötet werden, sind ja immer so Standard welche und die haben nicht, die werden nicht als Kind sofort irgendwie gemanipuliert und wenn man aber Eliten denn hat, die wirklich selber auch einen guten Drill haben, dass sie es auch ernstzunehmende Gegner sind. Ich finde, das verliert sich sonst immer so ein bisschen. Stimmt, die werden so weggeklatscht alle, Ja, die werden manchmal so weggerattert, wo du denkst, ey, eigentlich sind die den Kopf größer und stärker, so, ne? Auch in den Filmen oder Serien, ne? In Halo, die es so gibt, wo dann, da sind dann Eliten dabei, die werden so wegrasiert, sag ich mal, oder in Halo 4, vor Ort unter Don, wo es halt diesen einen Eliten mit dem Partikelschwert gab, der halt dann der große Feind war, ne? Stimmt, ja, wo sie da unten in dem Keller rumlaufen und alles, ja. Genau. Jedenfalls mit Unterstützung von Kelly konnten sie dann halt die erste Klinge dann töten, ne? Töten oder versetzen? Töten, tot, tot, tot. Haben dann dort auch eine Bombe dagelassen, die halt dann das Schiff und die Werft dann auch dann zerstört haben. Und dann, Happy End. was mich so ein bisschen, was ich weird fand, es waren ja auch immer die zwei Iralia, also die beiden Brutes. Die Klinge hatte immer zwei Brutes. Die wurden so kurz vorgestellt, als krass brutale Typen, aber haben eigentlich nie wirklich was gemacht. Das Einzige, was dann war, als sie gesehen haben, dass deren Klinge tot ist, deren Chef, sind sie abgehauen. Genau. Ja, genau. Aber mit dem Gedanken, dass sie es weiter erzählen können, ne? Ja, aber trotzdem so zwei Figuren, die für mich komplett weg waren. Ja. So, unnötig. Aber wir dürfen jetzt nicht eine Szene vergessen, die halt so eine Genugtuung ist, nämlich dann, der Flottenmeister und der Sucher sind noch auf der Brücke von einem Schiff und der, also der Sucher, der Sanju Rima, der Prophet, der niedrige Minister, hat da rumgeflucht oder gesagt, was für ein Scheiß, ne? Was machst du denn hier? Hier, wurde halt entsorgt und eine Ausrede wurde ausgepackt, warum er dann gestorben ist. Er ist für die große Reise gestorben, aber genau. Der wurde dann umgebracht, äh, währenddessen, äh, fällt quasi, wie hast du dir den Ring eigentlich vorgestellt? Ich hab mir das so vorgestellt, dass der Planet, dass dort eine Art Halo-Ring drum war. So hab ich mir das vorgestellt. Ja, ich dachte, das wäre so ein bisschen kleiner. Ich hab mir, in Halo 5 gibt es ja diese eine Map, Torque hieß die, glaube ich. Das war ja auch so ein Ring, was sich immer so gedreht hat. Ich dachte, so ein Ding. Ja, stimmt. Auf der anderen Seite auch ein bisschen größer, weil es wurde schon ziemlich, äh, groß beschrieben, indem da irgendwelche Lähte waren und Fahrzeuge, ein bisschen wie bei Carro Station, in Halo 2, wo halt Sachen transportiert wurden, so irgendwie in die Richtung. Aber lustig, dass es ein Ring ist, ne? Also, Ja, das dachte ich mir auch. Also, gleiche Form, ähnliche Form. Aber vielleicht wegen der Computation. Der fällt ja quasi, genau, es werden ja auch Bomben hingelegt, die denn eine Art Zeitzünder haben, ne? Das heißt, dass alle, also dieses eine Schiff wird denn jetzt zerstört und die anderen haben Zeitzünder, so wie ich das denn noch im Kopf hab, sind die alle denn quasi, ähm, evakuiert worden. Die sind ja, die haben, haben die sich wieder Banschies genommen? Ich glaube, ne? Ähm, ja, genau, die sind mit Banschies wieder rausgeflogen, die RS Bartons, wo sie die Klinge getötet haben. Und, ähm, dann geht die Bombe ja hoch auf diesen Schiff, gleiche Problem wie vorher. Die Dinger sind dann wieder, wie heißt das, ausgegangen, wegen den EMP, auch wenn sie recht weit weg waren. Es hat trotzdem nichts gebracht. Aber sie wurden, äh, eingesammelt, dann vom Prowler, von einem, ähm, und, zur schönen Überraschung, äh, hurra, hurra, ähm, dort war auch Johnson drin und alle anderen ODSTs, die bei dem einen, ja, ich sag mal, beim Maulwurf vom Hang herausgesaugt wurden, vom All. Und, ähm, und haben dann auch gesehen, dass dann die Rebellen fliegen konnten. Zumindest der Newton. Genau. Ja. Der, der Maulwurf konnte fliehen mit seinen paar Leuten da, die er noch auf der, auf der, wie heißt das, Brücke hatte, quasi auf der Schiffsbrücke. Und wir haben so ein bisschen auch die, äh, jetzt kommt auch zum Schluss ganz die Pointe, dann lobt Johnson den Chief quasi in einer Ansprache, ähm, dass er sich halt gut entwickelt hat, quasi, also hat er nicht so gesagt, aber kann man so, dass er halt jetzt auch wirklich ein Master Chief ist, ne? Er kriegt ja die, genau, er kriegt, das haben wir ganz vergessen, er kriegt ja die Beförderung vor der vierten Mission. Genau. Nämlich da war halt die Geburtsstunde von Master Chief Better Officer 127, ne? Also da hat er den Rebellen des Master Chief bekommen, um mehr Glaubwürdigkeit zu haben, auch Befehle zu geben gegenüber den ODSTs. Genau, genau, dass er Befehle, dass die ODSTs ihm auch folgen. Genau, und ganz zum Schluss hat dann der Master Chief gesagt, äh, weiß nicht, wurde nicht gesagt, du bist würdig, aber wohl explizit nochmal Master Chief. Sieht so aus, als hätten sie den Dreh raus, äh, Master Chief, ne? Genau, weil da eben auch, wie du schon sagst, die Entwicklung, dass er abgeben kann, ähm, dass er gute Entscheidungen getroffen hat und was ja auch, was ich immer so lustig fand, da hat er Zigarre geraucht, Johnson rauchte ja immer seine Zigarren, und dass er das gar nicht leiten konnte, und Johnson hat das ja geraucht, während er noch quasi halb angeschlagen war, weil er ja so wenig Sauerstoff hatte denn im Weltraum, dass er schon CO2-Übersättigung im Blut hatte, und trotzdem sich dann gleich wieder eine Zigarre anschmeißt. Ja. Ähm, und ansonsten, ähm, genau, was man denn noch mitkriegt, die Fernzünder gehen dann an, alles stehen auf der Brücke und gucken dann eben zu, wie das große Feuerwerk losgeht, ne? Genau. Und durch die Fernzündung alles hochgejagt wird. Nein, der Spruch, es war nur, wir haben ein Gefecht gewonnen, aber nicht den Krieg. Ja, der klassische militärisches, äh, Pipapo eben, ne? Ja. Ähm, genau, und unterm Strich, äh, ist der Spartan daran gereift, aber, äh, der Allianz wurde eben ein großer, ja, Steinweg gelegt, würde ich mal sagen, ein Schnippchen geschlagen, aber es wissen alle, dass es weitergeht, dass das nicht das Ende ist und, ähm, nochmal abschließend zum Buch, was sich auch sehr interessant war, ist eben, dass die Spartans wurden ja für diese, diese Kämpfe gegen die Rebellen erschaffen und sind aber, oder haben eben zu dem Zeitpunkt, zu dem, oder in dem das Buch spielt, haben die auch keinen guten Stand innerhalb der UNSC, weil das eben Art Kinder-Lolldaten sind, weil die Gerüchte sich so ein bisschen rumranken, wie haut das hin, was wurde mit denen gemacht, ähm, und dass die da auch nicht sehr beliebt sind und dass es eben immer nur einzelne, hochrangige Leute gibt, die die denn trotzdem einsetzen, weil sie eben da sind. Ich glaube, das ist deswegen, weil es gibt halt wenig Informationen, die wissen nicht, die wissen nur, dass sie jung aussehen und nicht mit den Kindern sind und dann gibt es halt wenig Informationen und dann wissen sie wahrscheinlich auch, das MND steckt dahinter und die ja so ein bisschen die Dubiosen sind, der Geheimdienst und die kleinen Leute, die ODSTs, bekommen nicht die Informationen oder wissen nichts darüber, wobei die ODSTs ja eigentlich auch Spezialanhalten sind, ne? Ja, aber du, das fand ich auch krass, dass so einige so mit 50 beschrieben werden, so. Ja, so Veteranenmäßig, ne? Ja, so richtig, so richtigen, kauzigen Alten. Ja, aber ich fand es auch gut, ne, mach du. Ich fand es eben auch interessant, dass man zu Johnson noch mal ein bisschen, also, der ist ja irgendwie schon immer Fan-Favorite, aber so wirklich eine große Informationsfluss in Spielen gibt es nicht über ihn. Na, also, das ist halt immer interessant, Bücher schaffen halt eine Tiefe in alle Charaktere, Johnson war ja sonst immer der Sprüchelklopfer, ne? I know what the ladies like und bla, 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 ne? Draufhauen. I know what the ladies like. Draufhauen, ne? Und hier wirklich auch, so als Mentor vom Schief, so als Perspektive, ne? Oder auch, als er an dieser Konferenz war, gegenüber den Autoritäten, wo er auch ein bisschen Schiss hatte, was, ja, was ist, läuft denn jetzt, ne? Selbst, nicht so Richtung Selbstzweifel oder so, ne? Also, sich selbst nicht so bewusst zu sein, hat nochmal mehr Informationen über ihn gedroppt. Ich weiß nicht, ich kenne die alten Bücher ja nicht, ob da Johnson auch schon vorkam? Äh, ja, es gibt dieses eine, was nur um Johnson handelt. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Cool? Ne. Das habe ich aber auch nie gelesen, gelesen. Ähm, wo er auch auf dem Cover ist, mit dem Rücken so halb und das BA geschultert, glaube ich. Erstkontakt? Ähm, oder so? Ne, 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 das Erstkontakt, äh, das sind ja die Ersten, aber es ist auch da mit Onyx in so einem Softcover, eines der Ersten. Ja. Und, ähm, was eben auch, äh, ganz, äh, ja, ich sag mal, ja, diese ganzen Kontext für mich auch nochmal erweitert hat, ist, wenn der Master Chief in Halo 3 doch rausspringt, ist doch dieser erste Spruch, den er von Johnson auf den Kopf bekommt, irgendwann landen sie auf etwas, das härter ist als sie. Irgendwie bekommt es durch das Buch nochmal mehr Tiefe, weil das ja scheinbar schon immer so ein, so ein Ding ist, dass der Master Chief, ja, mit dem Kopf durch die Wand als Erster immer, will und Johnson ihn immer davon abhalten möchte. Dadurch kriegt der Spruch nochmal mehr Kontext für mich. So war der ja auch, äh, in Schlacht und Reach, wo er einfach aus dem Pelican rausspringt bei so einer Übung, anstatt einfach zu landen und rauszugehen, ne. Ja, genau, weißt du, immer, der kürzeste Weg ist manchmal nicht der cleverste Weg. Mhm. Ähm, aber abschließend zum Buch, was würdest du noch sagen, wo ordnest du das ein für dich? Ich fand's, äh, da hab ich auch drüber nachgedacht. Ich fand's super unterhaltsam, durch die Missionen. Ich hatte ja auch ein paar Kritikpunkte, ne. Das ist so ein bisschen, äh, dass da, dass an die neuen Spiele angepasst wurde vielleicht, ne. Auch von der Story, von der Rüstung und alles. Ähm, aber so an sich sehr unterhaltsam. Es gab jetzt keine großen Plot-Twist. Auch der Plot-Twist war, dass die ganze Mannschaft Rebellen war, ne. Aber wer Rebell war, war jetzt nicht so ganz unoffensichtlich, sag ich mal. Aber, und es hatte halt auch keine Fallhöhe, ne. Es hatte keine Fall, also so in dem Sinne, der Masterchef kann nicht sterben, Team Blau auch nicht, wir wissen das. Aber wir hatten... Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Wir hatten ein paar mehr Informationen. Also der Masterchef wurde geboren, also als Rang. Das war ganz cool. Das war das Detail. Es war einfach ein unterhaltsames Buch, nicht mit vielen Informationen, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich habe auch Bock, jetzt das nächste zu lesen. Ich halte mich zurück, die ganze Zeit nicht anzufangen. Äh, macht auf jeden Fall Spaß auf mehr. Aber ich würde sagen, so was wir gelesen haben, oder was wir zusammen besprochen haben, würde ich es unter Jäger in der Dunkelheit einordnen sogar. Wenn du dich noch erinnern kannst. Also eigentlich ganz unten. Ja, ziemlich weit unten, aber es ist unterhaltsam und mehr auch nicht. Oder? Wie siehst du das? Ja, ich sehe das genauso. Und dieses Buch hat ja eben die Problematik, wie du schon sagtest, es kann keine Fallhöhe geben. Johnson kann nicht sterben, Masterchef, Team Blau. Es kann keiner der Hauptcharaktere sterben, weil ja schon vorgegeben ist, was mit dem passiert. Und dadurch ist der Autor ja auch so ein bisschen befangen. Was macht der jetzt? Aber nichtsdestotrotz fand ich, dass er das echt gut gemacht hat. Das ist eben wirklich recht kurzweilig. Man sieht es ja auch daran, dass ich schon wieder, jetzt nach dem Lesen, schon wieder einiges vergessen habe. Weil man liest einfach so dahin. Das ist jetzt nichts, was du mit voller Aufmerksamkeit liest. Weil eben auch nichts Unerwartetes passiert, was dich so total huckt. Und was ich, wie du es jetzt auch gerade wieder gesagt hast, Masterchef, der Name kommt. Ich finde, dieses Buch ist echt genial für den Einstieg. Also, wenn es da jemanden gibt, der noch gar kein Buch gelesen hat oder auch gar keine Ahnung hat von Masterchef, es wäre so ein Buch, was ich meinen Brüdern in die Hand drücken würde. Ah, okay. Die noch nie was von der Story erfahren haben. Weil das überlädt dich nicht mit diesen ganzen Fachbegriffen, auch von wegen Sanjime, Ungoy, Iraya, das wird gar nicht angesprochen. Halo, die Ringe, kein Thema. Blutsväter, kein Thema. Vorläufer, kein Thema. Es geht wirklich nur erst mal um die Charaktere, um ein bisschen das Gefüge innerhalb der Allianz und das im UNSC oder bei den Menschen generell, weil du hast ja die Aufständischen, die UNSC und sogar so ein bisschen das Oni und du wirst einfach gut reingeführt und kriegst auch ein Gefühl dafür, wie die Parteien zueinander stehen, wer ist jetzt stärker als der andere und warum findet dieser Krieg eigentlich statt und darüber muss ich auch mal ein Commentary machen. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass dieses ganze Thema Allianz, Menschenkrieg, dass der weg ist in der Lore, ist der größte Fehler, den Halo gemacht hat, weil, das ist ja auch die Sache, wo die klassische Trilogie, darauf baut es auf, komplett. Genau, darauf baut es auf und das ist das, was wir alle, ich würde sagen, im Herzen jeder Halo-Fan so die beste Zeit ja auch beschreibt, so, diese Allianz Menschenkrieg, weil, das ist einfach, das ist eigentlich ein relativ einfacher Plot, das eine ist ein heiliger Krieg und die anderen sind die Unheiligen. So, an sich, easy, aber sehr gut ausgeschmückt. die Motive sind klar, die Charaktere. Motive sind, genau, und, ja, genau, da könnte man jetzt einen anderen Talk machen. Genau, und ich finde, das alles wird gut, gut in diesem Buch wiedergespiegelt, ne, es gibt die Rebellen noch bei den Menschen, es gibt aber eben, klar, die, die, die führende Kraft bei den Menschen, das UNSC, und es gibt die aufständische Allianz, aufständische Allianz, macht gar keinen Sinn, die Feinde, die Allianz, die bekämpft werden muss, so, und das Buch führt sich da gut rein, also, ähm, aber ich bin auch, ich würde es noch über, über, ähm, Jäger in der Dunkelheit setzen, an das Buch kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr dran erinnern, da ist es komplett weg bei mir. Dann empfehlen wir den Talk nachzuhören, auch an die Zuhörer, der ist nämlich sehr gut. Ja, genau, alle, alle die Talks nachzuhören, aber ich würde es, ähm, und der zerbrochener Kreis setzen, dafür war zerbrochener Kreis einfach zu geil, mit diesen ganzen, äh, ja, Saunas und Co, sag ich jetzt einfach mal, auf High Charity. Dein Lieblingsort. Ja, richtig, High Charity, das ist einfach auch, dass High Charity weg ist, Junge, da könnte ich mich so aufregen, so genial das Ding eigentlich, ähm, und, ähm, genau, aber klar, und der Kilo Five, Kilo Five ist für mich nach wie vor immer noch eine der besten Buchreihen, auch unabhängig von Halo, ähm, ja, werde ich irgendwann, glaube ich, nochmal ein drittes Mal lesen. Und die ganzen Landenbücher sind ja auch alle als Talk verwusstet, also wenn ihr die Story erfahren möchtet, aber nicht die Bücher lesen wollt, dann könnt ihr die Talks hören. Einfach bei YouTube Buchclub Halo suchen, dann findet ihr das bestimmt, oder jetzt auch hier im Spotify Feed. Oder Spotify, da sind wir auch drauf. Genau, Spotify Feed könnt ihr das auch schnell finden. Aber was ich auf jeden Fall unbedingt noch ansprechen möchte, oder dich auch fragen möchte, weil du ja auch mehr Bücher gelesen hast, als ich, auch die ersten eher, äh, und zwar, das ist mein zweiter Roman mit dem Master Chief, Schlag zum Misch, habe ich gelesen, da hat man erfahren, der Master Chief wurde entführt, wurde, äh, von Holstee und, ähm, ja, von Holstee und, Mendes hieß der, glaube ich, den du meinst, ne? Nee, Mendes war der Ausbilder, sondern, wie heißt denn der andere? Sony. Der Vater von, der einen aus Halo 2. Keys. Keys, genau, äh, Holstee und Keys, äh, entdeckt und dann ausgelesen für die Spartans, der, sechsjährige ist dann aufgewachsen zum, keine Ahnung, siebenjährigen. Wie es so ist, von sechs auf sieben? Genau, und hat die Führungsposition dann gelernt, unter den Spartans in Tim Blau und jetzt gab es ja auch nochmal eine Charakterentwicklung jetzt in diesem Buch quasi, nicht nur als Spatenanführer, sondern so das globale Schlacht erleben und anführen. Genau, als Schlacht und als Mensch ja auch, ne? Genau. Ja, und auch als Mensch und es ist eine Art und Perspektive in das Gewissen von ihm oder seine, was ja sehr schnell wieder äh, ausgeglichen war, aber so ganz kurz auch Sorgen, die er erlebt hat und jetzt frage ich mich, wurde der Master Chief in den anderen Büchern auch so dargestellt oder wie war der so da? Weißt du was? Also in den ersten Büchern sind die Spartans generell eher die Spartans, die wir auch aus den ersten drei Spielen kennen, ne? Man muss ja ganz klar sagen, erstes, zweites, drittes Spiel, kaum Wörter, machen und auch dieses Plumpe, ne? Also nichts hinterfragen, so nach dem Motto und ich finde, dass die tiefsinniger geworden sind, ist ja auch erst mit dem, mit Halo 4 quasi gekommen, dass man denen den Charakter gibt und mit Reach, glaube ich, Reach hat auch schon so angefangen, ne? Ähm, und das war auch bei den Büchern dann so. Ich habe ja auch nicht mehr die besten Erinnerungen an die, aber das war vorher nie so, also jetzt ist ja schon krass, wie viel Selbstzweifel teilweise dabei sind, ist er für die Position der Richtige, ne? Und pipapo und das war damals nicht so. Das war einfach, weil er da ja auch schon wieder noch mal einen Zacken älter ist, ne? Ja. Und, ähm, weil das da auch an sich gar kein Thema war, weil die Law da ja auch noch recht am Anfang war. Hm. Also, also ist das für dich stimmig? Ist schon stimmig, ja, deswegen sage ich ja, also, das, das, man muss es ja auch immer in den Kontext sehen, wann ist das Buch erschienen? Guck mal, die ersten Bücher sind 2006 erschienen, das ist fast 20 Jahre her. Ähm, und, äh, das Universum entwickelt sich und ich bin eigentlich sehr dankbar darüber, darüber, dass wir noch Geschichten in der, in der Vergangenheit in Halo eigentlich haben. Weißt du, in dem, was eigentlich schon geschehen ist. Dass es jetzt nicht nur um Blutsväter geht, nicht nur um Kautana und die KI und so, sondern dass wir auch noch mal einen Step Back machen und schauen, was war da jetzt eigentlich los? Weil ich finde es einfach viel interessanter, als das, was wir gerade haben. Hm. Und, äh, dass man denn, wenn man den Step Back gibt und Geschehnisse eigentlich schon bekannt sind, und man auch weiß, dass die Hauptcharaktere nicht sterben können, dass man denn eine Viel- oder Vielschichtigkeit, äh, reinbringen muss, durch eben die, den Leuten mehr Charakter geben. Das finde ich voll legitim und gut. Also, ich habe ja gerne einen Master Chief, der Sachen hinterdenkt, anstatt diesen Klotz. Genau. Weil im Endeffekt ist er ja noch ein Mensch. Ausdauer. Ja, ich habe es ja auch jetzt sehr viel kritisiert, oder es wirkt vielleicht sehr, äh, kritisch, wo ich gesagt habe, jetzt haben sie die Vergangenheit verändert, weil sie jetzt die neuen Spiele moderner gestalten. Aber die Charakterentwicklung jetzt von Master Chief im Buch macht das für mich wieder ein bisschen mit. Ich finde, genau, man, also wie du schon sagst, man muss das auch so ein bisschen unterteilen. Technik, finde ich, ist gegeben. Ne? Du kannst den Menschen jetzt auf einmal nicht Laserwaffen geben, obwohl sie nur den Spatenlaser haben. Mhm. Ähm, aber, äh, eine Charakterentwicklung noch mal zu machen, wenn es in den Rahmen passiert, der richtig ist, finde ich voll okay. Und diese Charakterentwicklung passiert ja eigentlich vielen Monologen mit sich selber und mit, äh, einzelnen, ich sag mal, einzelnen Vertrauten, jetzt wie Johnson, der ein Vertrauter wird, der so eine Art Vaterfigur einnimmt. Aber es ist ja nicht so, dass er zu seinem Team irgendwie auf einmal der Poet wird. Ja, das stimmt. Sondern es ist immer nur, es ist so, und dass Johnson irgendwie eine bestimmte Stellung bei ihm hat, das war ja auch schon in den Spielen klar. Ja. Und, ja, das finde ich eigentlich vollkommen okay. Und ich hab auch Lust auf mehr. Also, ich werde das nächste Buch auch, glaube ich, jetzt denn lesen, demnächst. Ich werde kein Versprechen machen, weil dann dauert es wieder ein Jahr. Das dachte ich mir. Aber ich hab auf jeden Fall, das Buch hat, hat auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht und das nächste Buch, Oblivion, ist ja auch quasi anschließend an der Story jetzt, also vom Zeitstrahl her, und ich hab recherchiert, das dritte Buch, irgendwie irgendwas mit Reach. Fall of Reach. Ja, nicht Fall of Reach, das wäre der, sondern irgendwas, wo die Nummer auf Reach zurückkommt. Das spielt dann... Shadows of Reach. Shadows of Reach, genau. Das spielt dann Richtung nach Halo 5, glaube ich. Also, das ist ein bisschen abseits von den drei. Und das ist halt total cool, weil diese drei Bücher, also das Shadows of Reach kam, glaube ich, jetzt letzten September raus. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Und das... Wir haben jetzt mal neue Bücher wieder auf Deutsch, ne? Das ist ja... Ja, es ist wirklich... Ja, ja. Ja. Mal gucken, ob die Arbeiter-Store... Ich glaube, ich arbeite erst das nächste, ne, was jetzt kommt, oder... Nee, äh... Wie heißt er denn? Der Blutsväter-Atze. Der dauernd überlebt. Der Didaktiker? Ja, da gibt's jetzt... Der bekommt jetzt ein Buch. Der bekommt ein Buch? Ja, das ist jetzt das neueste Buch. Das kommt Anfang nächsten Jahres. Ich bin mal gespannt, ob das auf Deutsch kommt. Ich kann mir halt vorstellen, die haben jetzt einen Vertrag für die drei Masterchef-Romane gemacht, ne? Weil's Masterchef eben ist. Es verkauft sich besser, ne? Ja, und dann ist Ende, kann ich mir vorstellen. Je nachdem, wie auch die Auflage halt dann verkauft wird. Ob... Ich glaube, Panini ist das ja, die halt die Lizenzen kaufen, ne? Hm? Panini-Books ist das ja. Panini ist es. Ja, ich hab grad kurz Heine gedacht, aber stimmt, Panini ist es. Und, äh... Ja, genau wie die Verkaufszahlen waren, was ich als positives Zeichen sehe. Ich war jetzt wieder ein paar mehr Bücherläden und da steht, also in diesen großen Reihen, Thalia, Osanda, Hume, Dubel steht eigentlich immer mal wieder. Das muss ich auch in diesem Talk noch sagen. Halo Stiller Sturm ist mein erstes Halo-Buch, was ich in einer, äh, in einem Einzelhang gekauft habe. Und nicht nur online. Wo ich dann... Ich hab einfach mal in die Sci-Fi-Abteilung geschaut, ganz naiv. Ich gucke, ich hab jahrelang immer geschaut und finde ich einfach Halo nie. Und dann, was ist da? Ein Halo-Buch. Ich glaub, ich werd weg. Total toll. Ähm... Ja, ich hatte, ich hab damals tatsächlich die ersten, diese kleinen Bücher, äh, Flood, Reached und so, die standen alle immer in den, in den Bücherläden und Co rum. Ah, okay. Jetzt bezahlst du, wenn du die Gebrauch kaufst, Arsch für Geld dafür. Und damals haben die acht Euro gekostet. Abartig. Ja. Wobei, ich hab jetzt gesehen, in den Kommentaren hat letztes Mal jemand gefragt, kürzlich, ähm, wo man die E-Books findet. Äh, die findet man teilweise auch, ähm, auf Amazon oder bei anderen Buchläden. Dass man halt sich das E-Book holt, wenn man sozusagen das nicht als auf Papier bekommt. Oder halt als Buch auf Englisch, wenn man das mag, ähm, findet man, kriegt man das auch. Ja. Wenn man da keinen Drang hat, äh, das ins Bücherregal zu stellen. Genau. Gut. Abschließend gesagt, ähm, ja, ich glaube, wir fanden das Buch beide recht spannend. Kurzweilige Literatur. Ähm, ja. Und macht Lust auf mehr. Auf jeden Fall. Also kein großes Werk, aber schon ganz cool. Also ist unterhaltsam. Mehr auch nicht. Genau. Genau. Gut. Denn in dem Sinne, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich nicht wieder in dem Jahr. Das sagen wir immer. Das sagen wir immer. Ja. Genau, ich freue mich auf jeden Fall. Es macht immer sehr viel Spaß mit dem Booktalk, das auch mal Revue passieren zu lassen und auch zu konservieren. Ich höre mir das gerne an und, ah, Daumen ging das Buch nochmal. Ja, das war das Buch. Ja, das muss ich auch mal machen, wieder mit hier, äh, zerbrochener Kreis und, äh, äh, dieses andere Jäger der Dunkelheit. Genau. Oder Kilo 5 Trilogie, wobei das jetzt noch ein bisschen frisch ist. Ah, das ist relativ frisch bei mir. Aber alles mal nachhören, auf YouTube oder Spotify, nochmal Werbung machen hier. Aber dann, alles Gute. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis dann. Ciao.